Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, 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 ciao. Da brennt nur Licht, wa? Ne, ja. Du hast den Werkschutz. Wo? Ohne Scheiße, haben wir strafen, da hat man Licht aus. Alter, guck mal, wie fett. Ist das geil. Oder wir sind reich. Guck mal hier. Ey, so viel Geld. Dann hier nochmal extra gesichert, die einzelnen Schließfächer überall. Hier ist der nächste Schlüsselkasten. Alles voll Schimmel. Ja. Herzlich willkommen zum heutigen Lost Place Abenteuer. Wir sind wieder unterwegs und befinden uns heute in einer verlassenen Bank, Leute. Und ich drehe das Intro gerade hier im Tresorraum. Unglaublich. Einmal rumgehen. Guck mal, wie die in Schuss ist, Leute. Es handelt sich hier um eine Sparkasse. Gehen jetzt rein, Leute. Wart ihr schon mal in einem Tresorraum von einer Bank? Wenn nicht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Hey, Harry. Wie soll ich doch mit 120 Kilo durchpassen, Alter? Wie soll der Dicke hier durch? Wir sind in der Bank. Guck mal, Leute. Hier geht der Strom noch. Du hast den Bergschutz. Wo? Ohne Scheiße. Andere Straßenseite. Hau Licht aus. Licht aus. Wie soll es auf der anderen Straßenseite? Wirklich Schütz. Soll ich hochkommen? Nein. Licht aus. Habe ich. Psst. Soll ich hochkommen? Ich glaube, das ist ein Bergschutz gerade gekommen. Weg. Alter. Ja, weg. Alter. Ja, Bergschutz. Psst. Psst. Ich bin nicht normal. Das ist ein Kulti, was? Alter. Ich komme mir vor, als wäre ich hier bei Haus des Geldes. Hier haben wir auch noch so ein paar Fächer. Die kriegt man heutzutage auch eigentlich alle aus Plastik. Das ist gar nicht mehr üblich, dass die hier aus so Stahl sind, Eisen sind. Das ist jetzt Lager. Auflösung, Festgelder, Sparkassen, Briefe. Alter, guck mal, wie fett. Ich meine, Alter. So. Einmal. Leute, das hier ist der Tresorraum der verlassenen Bank. Schaut euch diese massive Türe einmal an. Dann hier nochmal extra gesichert. Jo, Alter. Ist das geil. Oder wer ist denn reich? Guck mal hier. Ey, auf, wie geil. Alter Schumann. Ey, boah, ey. Krank. Und hier haben wir dann die einzelnen Schließfächer überall. Unglaublich, Leute. Man kommt sich wirklich hier so vor, als wäre man hier irgendwie bei Haus des Geldes oder so. Man steht hier einfach in dem Tresorraum einer Bank. So, Hammer. So, und jedes einzelne Schließfach hatte hier quasi seinen eigenen Schlüsselleute. Hier sind dann die Schlüsselkasten. Hier geht's weiter. Hier ist der nächste Schlüsselkasten. Nummeriert. Unglaublich. Hier haben wir dann direkt den Aufzug. So, jetzt geht's hier mal weiter an der Bank. Was haben wir hier? Heizung. Oh, hier sind noch eigentlich die Sachen drin. Was ist denn? Keine Ahnung. Filter und so ein Scheiß. Hier geht's auch noch weiter. Ey, hier geht's noch mal runter. Da stehen sogar noch die Umzugskartons von der Umzugsfirma, Leute. Wahrscheinlich ist die Bank hier mal umgezogen oder so. Wir wissen es nicht genau. Was denn? Jetzt sind die aufgezogen. Guck mal hier. Alles voll Schimmel. Ja, das ist wahrscheinlich nachgerecht, was hier jetzt in der Zeit. Komplett Schimmel, guck mal. Komplett vergammelt. Alter. Aber das ist schädlich. Geh mal weg, Alter. Das ist auch Schimmel. Boah, ist alles nass. Warum? Ja, das ist Feuchtigkeit, die sich hier gebildet hat. Keine Ahnung warum, wa? Ich weiß nicht. Nee, da darfst du echt nicht zu lange einatmen. Guck mal, hier ist überall Wasser. Das ist alles Feuchtigkeit hier. Und alles Schimmel. Guck mal hier. Die ganzen Wände voller Schimmel. Nee, lass hier wirklich, da darfst du nicht einatmen. Nee, nee, hier müssen wir schnell weg, Leute. Hier ist alles voller Schimmel. Das ist nicht gut. Wir gehen jetzt mal nach ganz oben. Guck mal, das sind die ganzen, die Schalter, wo die ganzen Bankenmitarbeiter saßen. Man kann ja durchgucken. Wir sind jetzt oben im Bankbereich, Leute. Schaut euch das mal an. Da saßen die ganzen Bankenmitarbeiter. Jetzt mal kurz hier ans Fenster. Hier ist der Ausgang quasi, so ein Nebenausgang von der Bank. Hier haben wir auch noch ein weiteres Büro. Mahlzeit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beenden die Location jetzt hier. Lasst uns gerne ein Abo da, ein Like da, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Lost-Bes-Abenteuer. Haut rein.